Wir sind hier auf der Number One Fighting Championship in Gießen bei sehr heißem Wetter und neben mir Manun Leuvenga, die einen Wahnsinnskampf hingelegt hat. Drei super harte Runden, ihre Gegnerin hart zugesetzt hat, die leider nicht runter wollte, aber den Kampf verdient gewonnen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Es ist ganz warm hier, aber jetzt geht's gut. Okay, wusstest du, dass du den Kampf gewonnen hast? Hast du schon gemerkt, du liegst vorne nach Punkten? Ja, das habe ich gewusst und mein Trainer hat auch gesagt, dass ich gewinne. Okay, wie habt ihr euch auf den Kampf vorbereitet? Es war jetzt Corona, ihr hattet eine schwierige Zeit, alle Kämpfer. Wie habt ihr euch vorbereitet? Wann Corona da war, wir waren immer draußen trainieren und nach dem Corona, wir waren sofort nach drinnen gegangen und ganz viel trainieren. Jeden Tag, drei, zweimal pro Tag. Und für diesen Kampf hat er gesagt, mein Trainer, dass ich ganz gut muss hören, was er sagt. Okay, das hast du sehr gut umgesetzt. Weißt du schon, wann wir dich das nächste Mal sehen? Gibt es schon eine Planung? Ich glaube, irgendwo in der Mitte von September, aber in Holland, ja. In Holland, okay. Mal gucken, ob Fight24 da dabei ist. Weißt du, wer da deine Gegnerin sein wird? Nein, ich weiß es nie. Okay, sie weiß es nie. Das ist eine gute Kampfeinstellung. Sie kämpft einfach gegen jeden. Gibt es jemand, dem du Dank sagen möchtest, Grüße aussprechen? Vielleicht hast du einen Sponsor, deinem Gym, dein Trainer, Familie? Ja, meine Familie und meine Trainer. Er ist der Beste. Okay, vielen Dank und wir hoffen mehr von dir zu sehen. Usch. Fight24, home of true warriors.